Richterin bei H253, bei C239, bei M236 insgesamt 728 Wertungspunkte oder 60,667 Prozent. Mit der Kopfnummer 62 kommt aus Bayern Katrin Pollich, sie reitet Lamento, ist ein 17-jähriger, brauner Hengst von Lambada, Mutter von Mambo Moskahn. Dann habe ich hier schon bereits mit der Kopfnummer 57 eine weitere Wertung. Richterin bei H251 Punkte, bei C241 und bei M242 Punkte oder 61,333 Prozent, gesamte Punktzahl 736. Ich möchte gehört, ich möchte an dieser Empfehlung überschalten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.